Yo, yo, yo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Minecraft TechItLight mit mir und den anderen beiden Lachen. Hallo. Hey, jetzt ist schon wieder Steam Refined Uranium. Wer refinet hier die ganze Zeit Uranium? Ich. Wo kann ich hier mein, äh, mein Chatpack auffüllen? Dein Chatpack unten an der MFE. Okay. Folge geht's am schnellsten. Ähm, Sven, was brauchst du für Diamanten zum Pressen? Oh. Kann ich gleich noch mal gucken. Brauchst du da das komische was... Ja und die machen was im Keller. Die Maschinenchen hier. Die weiße Kiste vor mir. Ich weiß nicht was MFE ist. Ja, wo MFE steht, ne? Ja eben drum. Hör mal das einfachste das zu suchen. Okay, was mach ich jetzt die Folge? Ich hab das jetzt hier fertig. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch... Was Positives machen, genau. Ja. Ja, ne, wir tun den Zugang jetzt noch nicht noch mehr Folgen Mauer bauen an. Ja, das stimmt auch, Alter. Ich könnte mal anfangen eine Query zu craften, oder? Ja, das kannst du mal machen. Wir suchen einen schönen Platz. Und einen Recycler. 1, 2, 3, 4, 5... Gibt's Teleporter? Dann fang ich damit an. Ja, gibt's auch. Weil dann mach ich das nämlich ganz weit weg. Ja, Teleporter... Aber wie kriegst du die Sachen dann rüber? Oder wir machen's mit nem Rift. Ja, mit Teleport Pipes, die gibt's ja auch. Was? Ender Pipes oder so. Oder wir können's auch mit nem Ender Chest machen. Ah, okay. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Ja, mit nem Ender Chest. Schau, Ender Chest gibt's. Und Ender Pouch habe ich gibt's ja auch. Also, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen rüberkommen. Und dafür brauch ich nen Tilde Bot. Und dafür brauch ich auf der anderen Seite ne Stromversorgung. Oder ein Rift. Ja, oder ein Rift. Genau, wir machen's mit nem Rift. Rift Remover, Rift Signature. Aber guck's also, dass unser Ding nicht wegbeamt, ne? Ender Perle und vier Eis. Achja, wir haben jetzt das System. Soweit das Zeug... Nein, im System gibt kein Shift Fragezeichen. Warum Shift Fragezeichen? Weil das saugeil ist. Ender Perle... Sind doch die Ender Perlen. Hallo? Hallo? Oder lecket das aber einfach. Ja, ich bin grad in die Wand gebackt. Warum backst du in die Wand? Da wundert mich nicht aus, dass er was lecken anfängt. So. Haben wir das Ding hier. Rift Signature. Hast du nicht einfach nur ein Riftswort? Ja. Rift Blade, damit kann ich nur drehen. Achso. Ich kenn's nur von Pizmin. Da hat Hardy sich eins gebaut und dann kam das schwarze Zeug und hat alles kaputt gemacht dann bald. Aber eigentlich geht das, macht das nix kaputt. Nur weil man's ganz oft benutzt. Ja sag, das ist das schwarze Zeug, kommst du schwarze Lebe. Jawohl. Und es pisst. Wo alles aufbrust. Dann brauch ich noch ne Warpdoor. Zwei Warpdoors brauch ich. Deswegen wird's auch lecken bestimmt. Aber ich leck nicht. Ja, bei mir leckt's auch nicht mehr. Ja, es regnet aber es leckt nicht. Wird halt wieder Bullshit gelaufen, dass es leckt oder so. Ich hab halt schlecht, weil es ja noch mehr Arbeit ist für den Server. Futo, du bist Arbeit für den Server. Ich weiß, ich mach auch was. Nicht so wie du in Schindertumrum. Ja, nicht so wie ich, der die ganze Zeit am Craften ist. Am Craften, ja. In der Perle. Door zu Door. Jawohl. So gut, jetzt hab ich die Warpdoor. Eine, fuck ich brauch zwei. So gut, wir wollen nochmal. Ach du scheiße, Höhlen Spinn. WTF? 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 Mann verpisst dich. WTF? WTF ist einfach unser Verwecker. Ja, weil ich mich auch in die Höhlen spürteelst, ich schätze. wollen wir vielleicht schlafen gehen wenn das geht weil das Reign fucks up ja ich komme gibt's noch den Pausern auf Quarz ok wo wollen wir dann das Teleport Ding hin haben also von wo aus wollen wir los teleportieren kannst du oben kannst du es ins Haus bauen dann bau ich in die zweite Ebene wo die ganze Kisten sind und das ist gar nicht auskommt ich bin da nehmt ja ich komme Melus in der Lieblingshof worden sind die ganz oben das ist einmal hier auch in der D durch Formen müssen bei einer ruhig bin mein Problem nach der Schlechteschen ja so, guten Morgen Aaaaah, du Arsch So, geht das aber So wird es gemacht und nicht anders Ja, gut Einerwege noch weiter Farben Ciao-Food kommt ran, das lenkt Ja, das ist echt so Weil ich ja mitten unter der Erde bin zum Farben Das hat was damit zu tun Das hat was damit zu tun Da, wo die Kisten waren, hat der Foto gemeint, ne? Ja, nimmst einen von den beiden Räume Muttelst ihn um zu einem Teleporter-Raum am besten Dann kannst du nur verschiedene Orte an Verschiedene Türen Ja, aber hier könnte ich jetzt ne Tür reinsetzen Und die Küsten könnten stehen bleiben Ja, aber wir können ja auch als Teleporter-Raum benutzen Wir brauchen aber doch eigentlich nur eine Ja, wir können ja mehrere machen Ja, okay, aber trotzdem mach ich jetzt erstmal hier die eine hin in das Eck hier So, setz ich hier den Rift Rift Set, dann baue ich ne Tür drauf Jetzt da fliege ich irgendwo ins Niemandsland Und bleibst dort Und setzt dann dort den zweiten Rift Ach, ich wollte die Query mitnehmen Die muss nicht craften Die... ich kann natürlich auch ohne Query ins Niemandsland fliegt Will einer von euch mal die Query craften? Ich fang grad nicht Ich... ich... äh... ne, sorry Sieben Okay, sieben Stück, das heißt ich brauch... Du brauchst Diamanten, Stein, Zahnräder, Diamant, Zahnrad, Diamant, Spitzhacker Aber ich weiß, was ich brauch Drei, vier, fünf, sechs, sieben Die braue ich hier hin, die hier müssen wieder weg Dann... Stein Aufziehen Eisen, glaub ich, muss ich jetzt zwei Stück für halten, oder? Was? Ja, Eisenräder zwei Stück für halten Ja, die kommen seitlich hin, wenn ich mich gar nicht täusche Foto? Ich muss nur wissen, wie viel ich brauche Ja Dein Auftrag kannst erfüllt werden, du kannst den Berg sprengen Ja, super Oh, ich hab ja TNT, TNT machen Kannst den Berg sprengen, wenn du willst Aber bitte nicht... Ah, okay, wenn du bis ins Haus zerstörst, dann musst du halt wieder aufbauen Wenn du... wenn du das Haus zerstörst, dann Pech gehabt Du hast zwei Gold und dann... Sven hat gesagt, Pech gehabt Er hat nicht Pech gehabt Dann musst du auch... du bist scheiße gelabert Warum denn? Ich brauch drei Eisenräder, die ich aufheben muss Ach so, das sind zwei, sorry Muss ich noch mal ein Eisenrad craften Wer... jetzt hör aufhör mich die Scheiße reinzuwerfen Du hast ein System, wo du endlich Scheiße reinkacken kannst, alter Nicht so endlich, ich kann nur 128 Nein mehr 980 verschiedene Typen aufnehmen 189 Inzwischen schon wieder mehr, glaube ich Weil ich schon wieder eine Festplatte drin hab 63, 63, 63 und 63 Und wenn die eine Festplatte fassen, von diesen 63 Types dann sogar 4.000 Ah, das wäre dann geschickt, wenn sich da vielleicht Sand und so rein tun Der aber... das kann ich blöderweise Irgendwie weiß ich nicht mehr, wie man das kontrollieren kann Ist doch... Ich wusste es mal Hallo, du bist da ein Adam Mach grad Nahrung Kurbel Alter, klar, du hast mir grad eine, das klappt Wollt ihr lieber so ein Ding, ne? Achso, Whetztom Oder Fahrzeug Kannst du auch ein Fahrzeug benutzen Hast ein Fahrzeug? Euer Zeug Du müsst ihr TNT das zu sprengen oder willst du es abgraben? Achso, stimmt ja, TNT Also wenn du Nahrung brauchst, da ist noch 21 Co... Pork drin Joggen Pork Ja Geht meinst du mich oder? Ich brauch auf jeden Fall, wenn ich auf weiße gehe Ich hab noch 41 So, einen Redfaube ich jetzt dann auch So, jetzt schaut mal wie schnell das hier durchs System geht Ich hab jetzt ne Query fertig Joggen Pork Joggen Pork Alter, was macht ihr schon wieder so einen Abfack Hab gefahren, sag ich doch Sie haben zu wenig Output irgendwie Gibt's denn nicht irgendeinen Abfall, dass die Hochstrom vertragen, gab's das nicht? Weiß ich nicht Crade Also guck mal Sven, jetzt laufen oben die Maschinen und die MFE füllt sich, die ist voll. Ah, Transformer Upgrades und Energy Storage Upgrades. Hast du gehört? Ach du Scheiße, da brauch ich einen MV Transformer. Guck mal unten, die Dinger sind voll. Die MFE ist voll. Ja, solange dein Ding da nicht angeschlossen ist, ist die auch voll. Ach so, du hast es gar nicht dran. Ja, natürlich. Nein, soweit ich das schließe an mir. Na, mach dran, wir haben ja wieder. Okay, ich geh da mal wieder. Jetzt fliege ich hinaus in die weite Welt, aber ich schmecke mir noch was zu essen. Das Ding ist geil. Ach so, ja, warum fliege ich denn hoch an die Nahrungskette? Welcher Berg? Hast du eine Foto? Ach so, da. Warte. Warte. Denn hier. Ja, ich bin fast. So was, wir können die Rechte. Dynamit, also was, wo kann ich jetzt Dynamit zu? Wo soll ich denn jetzt da hinfliegen? Du kannst vielleicht eine gute Sprengung anschauen. Oh. Na? Der braucht noch länger, glaube ich. NC. Industrieal. NC. Warum ist es so laut? In das Linien? Ja, ich sag doch, die Scheiße ist hier auf einem Upspinnen. So, in welcher Richtung fliege ich jetzt? Ich fliege jetzt quer in diese Richtung hier. Wir haben nur zwei Flynn, das kann man schon mal knicken. Mach mal Sand. Sand. Den kriegst du, glaube ich, äh, Dinge. Mal schauen, wie weit man manchmal reicht, bis ich abstürze. Mal gucken. Gangpauder habe ich mehr. Also ich brauche ja mehr Gangpauder als Sand. Oh. Das könnte ich so ein Solarhelm gebrauchen, der mein Jetpack unterwegs wieder auflädt, damit ich länger in der Luft bleiben kann. Momentan ist es eher nicht so geil hier. Ah! Warum habe ich jetzt... Oh, jetzt wäre ich fast verreckt. Ich habe in der Luft auf einmal C gedrückt und es war der Waypoint-Taste. Dann konnte ich wieder fliegen und bin einfach runtergefallen oder ein Herz. Du, mein Waypoint ist auch irgendwie weg, ey. Ich habe mir Waypoint. Ja, weil die Server-IP sich ändert. Okay, das ist gay. Wir speichern auch immer auf Server-IP. Äh, Sven, wirst du Fudor-Springung sehen? Nein, ich bin schon am Arsch der Welt, Alter. Ist mir egal. Arsch der Waldfee. Dann warte Fudor, bis er da ist. Er hat irgendjemand auf die Uhr geguckt. Nein. Du bist da auch ein Zunehmender. Du musst die Uhr. Ja, okay, ich habe die Uhr voll im Blick, Leute. Ja, aber dann wirst du wissen, wie toll ich die Uhr im Blick habe. Du kannst ja schon mal platzieren und so alles. Na, aber nicht blicken. Ich habe hier nur zwei Sprengflätze. Aber in das Spiel ist ein starkes TNT. Nein, das ist scheiße. Ich habe nur normales, weil wir keinen Flint haben. Aber warte mal nicht. Ich war mir noch ein bisschen Zahn, bis du wieder kommst. Da habe ich noch genügend zusammengefahren. Wie kriegen wir eigentlich die Energie hier rüber? Hat sich das schon einer überlegt zur Query? Was? Ja, über Transport Pipes. Energie. Ja, gibt Energie Transport Pipes. Okay. Es gibt auch Tesla-Dinger, da kannst du durch die... kannst du teleportieren. Aber nicht durch die ganze Welt. Sagt man eure Koordinaten? Durch die Base. 14.000, äh, 14.000, äh, 14.000 und 7.000 und 7.000. Im Plus die 1000? Minus. Ja, okay, dann bin ich jetzt schon 1000 Blöcke von euch entfernt. Ja gut, dann kannst du die Chor hinsetzen. Dann kriegst du nur noch 64er Chor hier hin. Ja, aber dafür muss ich noch die Fackeln grafen. Jetzt kommt ihr nämlich aufm Ozean und dann würde ich sagen, mach ich das mal hier hin. So, unsere Tür baue ich hier auf die Spitze von dem Berg hier. Aber ich glaube, die Fälle sind schön, dann müsst ihr auf uns sein. Ja, gleich. Gleich. Brauchst du nämlich noch kurze Pause dann? Nein. Doch. Nein, ich will es nicht. Aufnahmepausen sind tabu. Brauche ich aber, genau was ihr wollt. So, okay, jetzt setze ich hier meinen zweiten Rift. Rift was generated, Tür rein. Will irgendjemand von euch mal bei den Kisten durch die Tür laufen? Doch nicht, ich brauche erstmal TNT. Nein, sonst bin ich tot wahrscheinlich. Nein, nein, du bist nicht tot. Aber ich will jetzt nicht durchlaufen. noch halb durch. sonst verrückt ich noch. Ja und... Ich hab die ganze Technik Scheiße dabei und die Query und so. Ja, tu doch ne Kiste hin. Ja, ich bin auf arsch der Welt. Dann mach ein Waypoint. Ja, ich hab hier schon Waypoint Query. Ja, ist so. Und dann... Ich will dann keine tausend Blöcke laufen. Dann machst du... Ja, und dann gebe ich dir ein Check-Pack. So, zwei. Hab ich nicht mehr mehr. Oder Futur. Ich geh jetzt durch diese Tür durch. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Ja, dann... Hast du Kiste hingestellt? Wir sagten... Okay, dann wirst du es ja beschuldet. Ich hab kein Holz. Ja, das ist dann... Ja, hol die doch rein. Guck mal an den Tudai! Boah! Ich steh im Haus! Digge! Ich bin da! Ja, wir können gleich... Futur. Ich würd jetzt mal sagen. Das war jetzt ein wunderschöner Abfluss. An der Stelle. Hier, oder? Seht ihr auch so, Leute, oder? Ja, natürlich. War ein wunderschöner Abfluss für die Folge. Dann würd ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Haben bis zum vielleicht sogar schon geschafft. Wie heißen diese Torches? Diese blauen? Äh... Landmax. Landmax. Schau doch noch. Ah, genau. Landmarker. Dankeschön. Äh, ne, 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 linksblick. Bitte schön. Okay, das ist ne Redstone. Hört schon ein Lappes Lazuli drüber. Ach komm, das das bauen wir jetzt noch. Daran soll es jetzt nichts scheitern. Wir haben kein Redstone. Hab ich... Hab ich in Arbeit. Du hast das komplette Redstone in Arbeit? Ja. Ja. Sonst noch Probleme? Ich bin ja Sprengmeister, deswegen muss ich das. Deswegen musst du unser ganzes Redstone snacken. Hey, hey. Sven, du bist du. Ja. Ja. Ich brauch drei fucking Redstone. Ich seh dich nicht. Ach, da bist du. Hä? Du hast... Du hast Grundleuchter gebastelt. Ne. Torch-Tree-Torch. Ja, das sind doch Grundleuchter-Dinge. Typ Torch. Ja, bau die mal hin. Ne. Sind sie nicht. Sie sind aber ganz mal. Geht nicht. Komischerweise. Hä, wie geht denn das? Kann man das bitte ansetzen? Ja. Oh. Tree-Torch. 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 Keine Ahnung. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist... Ich hab einfach mal gebaut, ne? Weil ich will mal testen, was es ist. Wie es ist. Ah, die Worte für den Torch-Placer, der Torch-Placer ist ein Teil von Steve Cards. Also. Wir können rauskommen. Die kommen jetzt auch noch in die Aufnahme. Ja, aber ich will jetzt... Du wirst wirklich so nah an TT-Sitz. Du wirst du wirklich so nah an TT-Sitz am Haus? Ja, die Säule zerfetzt. Das zählt, das zählt. Mehr zerfetzt es nicht, wenn dann nur die Säule. Okay, dann... Also. Alice? Ja. Warte. Ich bin hier sogar im Videomodus. Perfekt. Zwei. Let's get ready to rumble! Drei, zwei, eins! Ach du Scheiße, das ist alles okay. Ja, er ist richtig... Und spektakulär. Er ist was richtig verkackt, Alter. Ey, Futur, mach bitte den Schalter wieder aus. Was hast du so zu tun? Nein, hoffentlich fliegt er einfach in die Luft, das an! Das an! Warum ich das nicht? Ja, aber du bist so schlecht, ne? Du musst den anderen weg tun. Du musst den anderen weg tun. Oder ein zweiter Sitz. Oh man, lass mal den Profi ran. Er ist so schlecht, ne? Er ist einfach echt so schlecht. Vor allem, wie scheiße ist der? Ja, er ist euch doch, Alter! Wie gut denn? Okay, ich zünde jetzt das erste. Let's get ready! Bruder kriegt seine Nachhilfe in wie zündig TNT irgendwann anders. Au, raus! Ja, warte! Haste, 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 haste. Gib mir her, hier! Scheiße! Meine Haare! Stirb's jetzt! Was? Ja, fast die Idee gestoppt sind. Oh, Rechner! Keboom! Oh, da ist noch ein TD! Hä? Ja, da war doch ein TD! Oh, da ist Koffer und Eis! Jetzt könnt ihr den Boden wieder zur Wache, Alter! Du hast ja gesagt, der Berg muss weg! Der Berg ist weg! Naja, nicht ganz weg! Da fehlt noch ein bisschen! Das war jetzt nur 5. Ich hab mir jetzt Koffer und Eis hier noch ein bisschen geklappt! Also, hol mal Gunpow oder Foodwork immer in die Wüste! Ja! Aber mir hat zu, also, du konntest mal den Boden fixen, Michael! Ja, ich glaube, ich muss demnächst echt mal diese Speed-Upgrade, äh, diese Transformer-Upgrades machen, damit wir MV in unsere Maschinen reinleiten können und diese Energy-Upgrades, damit sie mehr Strom in sich selber speichern, damit sie nicht die ganze Zeit diese Scheiß-Geräusche machen! Ah ja, man, das ist richtig behindert! Weil wenn wir die Menschen mehr Strom versorgen und so dann... Der Posten hat überlebt! Der Posten, ja, der Posten lebt noch, aber ich bringe ihn jetzt um! Das ist ein Vollposten! So, hast du jetzt Redstone für mich? Ah, ich? Ich habe ein bisschen was eingesammelt! Nee, Foodwork, ich habe ein bisschen was eingesammelt hier! So, jetzt habe ich noch Lapis! Und Leute, würde ich sagen, haben wir die Landmarker, sondern in der nächsten Folge stellen wir dann die Quarry auf! Bis dahin, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal! Servus und... Ciao! Ciao! Genau!